Hi Leute und willkommen zu diesem kleinen kurzen Video ohne Intro und zwar ohne Intro, weil ich einfach nur euch ja was Kleins sagen möchte und gerade ein neues Intro in Bearbeitung ist, aber ihr werdet das erst in ein paar Wochen sehen. Warum, da kommen wir später nochmal dazu. Und ja, aber ich bin halt einfach der Meinung, dieses Video braucht kein Intro. Ja, ich bin hier auf der Sonneninsel mit meinem kleinen Freund Tolli, das Schäfchen und ich bin die gesamte nächste Woche im Urlaub. Also, ab morgen, dem 8. Juli, bin ich im Urlaub. Erstmal eine Woche lang. Dann bin ich wieder zwei Tage, ein oder zwei Tage, bin ich dann wieder da. Und dann bin ich nochmal weg. Dann bin ich nochmal eineinhalb Wochen weg. Und ja, ich möchte euch auf jeden Fall erst so Bescheid geben, dass ich da nicht da bin. Also wundert euch bitte nicht, wenn in dieser Zeit keine neuen Videos kommen, weil ich vermutlich keine hochladen kann. Und ich kann auch keine drehen. Ich kann ja nicht an den Kommen. Neblicherweise. Und ja, ich hätte aber jetzt die Bitte an euch, dass ihr die gesamte nächste Woche mir Fragen in den Kommentaren unter dieses Video schreibt. Und zwar bitte alle mit dem Hashtag FragLucy. Lucy. Ja? Ich blende euch den Hashtag nochmal ein. Er ist sehr kreativ. Ich weiß. Dafür bin ich bekannt. Meine Kreativität heilt. Oder wie man es sagt. Aber auf jeden Fall, ich möchte euch bitten, dass ihr mir ein paar Fragen in die Kommentare schreibt, die ich dann beantworten kann. Ich hoffe, es werden die Nutzfragen, sodass sie auch für ein ganzes Video reichen. Wenn nicht, mache ich dann immer mal in den folgenden Videos eine rein. Aber ich hoffe, ihr stellt mir genug Fragen, dass es wenigstens für ein kleines Frageansatzvideos reicht. Und ich würde mich freuen. Auf jeden Fall. Ja, und... Ich werde dieses Video dann, wenn ich das im Urlaub wieder da bin, erstmal drehen. Also, ich... 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 Ich bekomme eure Fragen ja auch aufs Handy. Ich werde mir die auch mitieren, sodass keine Frage in Vergessenheit gerät. Das verspreche ich euch. Keine Frage wird in Vergessenheit geraten. Und... Und... Ja. Nach dieser einen Woche, ich verspreche euch, werde ich mich an den Computer setzen, werde ein Video drehen und es hochladen. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für euch. Allerdings erwartet euch diese Überraschung auch erst nach dem Urlaub. Also, seid gespannt. Bleibt auf jeden Fall auch dran. Und... Ja. Stellt mir Fragen in die Kommentare. Also, was macht ihr noch hier? Stellt mir Fragen. Ich freue mich auf eure Fragen. Und ich freue mich auch schon darauf, sie beantworten zu dürfen. Und ja. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Und bis dahin. Sehen und... Vergesst nicht die Fragen, ja. Ich war noch eure Fragen, ne.